Ja, hier ist Tom J. Wellbrock, eine neue Folge, ein Sessel buntes und ich begrüße meinen hochgeschätzten Blog- und Podcast-Partner Roberto de la Puente. Hallo Roberto. Hi Tom, ist ja mal wieder Zeit geworden. Ja, ich weiß gar nicht, es ist jetzt wirklich schon ziemlich lange her. Wir haben zwar relativ viele Videos oder teilweise auch ich relativ viele Videos gemacht, diese Kurzclips, aber einen Podcast haben wir tatsächlich schon ziemlich lange nicht mehr gemacht. Ja, ich dachte schon, du meidest mich so. Nein, nein. Könnte ja rechtsoffen sein und damit es nicht mehr nichts zu tun haben. Nö, nö, nö. Ich meide dich nicht mehr als vorher, auch schon. Wir hatten uns schon länger vorgenommen, einen Podcast zum Thema Würde zu machen. Richtig. Du hast gesagt, dass... Ja? Ja, ich höre schon wieder die ersten lustigen Kommentare. Würde ist ein Konjunktiv. Ja, lustig. Lachen lustig. Du hast ja auch gesagt, das würde ein guter Podcast werden. Richtig, genau. Ja, okay. Es ist aber dann doch ein bisschen ernster und wir sprechen selbstverständlich nicht über den Konjunktiv, sondern über die menschliche Würde. Ja, wie ist es denn um die menschliche Würde so bestellt im Allgemeinen? Wie denkst du? Sie ist antastbar, auch wenn es im Grundgesetz anders steht. Grundgesetz, die Älteren unter uns erinnern sich noch daran. Aber ich glaube, sie hat natürlich Konjunktur. Also von der Würde spricht ja fast jeder. Die meint aber dann meistens Lebensschutz. Das war so in den letzten Monaten das Thema. Man hat die Würde mit dem Lebensschutz gleichgesetzt, weil die menschliche Würde ja unantastbar ist, laut Grundgesetz, müsste man jedes Leben schützen. Ich glaube, das ist eine sehr verkürzte Darstellung des Würdebegriffes, den wir so haben und der auch im Grundgesetz vorgesehen ist. Ja, es ist ja darüber hinaus, es ist ja auch eine Gleichsetzung mit dem Begriff der Unversehrtheit des Lebens beziehungsweise des Körpers. Also ich glaube auch, dass da eine ganze Menge vermischt wird. Der Erste, der ja, wenn ich mich richtig erinnere, der Erste, der überhaupt den Begriff Würde politisch ins Spiel gebracht hat, das war ja der Kanzlerkandidat der Herzen. Es sei denn, es gab schon vorher jemanden, aber ich glaube, der war das ja, der dann auch ausgerechnet über den Friseurbesuch argumentiert hat. Jetzt muss ich kurz zurückfragen, wer ist denn das, der Kanzlerkandidat der Herzen? Achso, ich dachte, das weißt du. Das ist hier der Söderle aus Bayern, weißt du? Den kenne ich, aber unter dem Begriff war er mir noch nicht bekannt. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Es war unpräzise formuliert und darüber hinaus wahrscheinlich auch noch unpassend. Also von daher, Markus Söder war jedenfalls derjenige, der den Begriff Würde im Zusammenhang mit Friseurbesuchen aufs Tablett gebracht hat. Ich fand das erstaunlich, dass es, es gab ja da gar keinen großartigen Aufschrei oder so, ne? Nein, also ich erinnere mich, dass ich das erste Mal das wahrgenommen habe, wo Schäuble drüber gesprochen hat. Allerdings im gegenteiligen Sinne. Er hat relativ früh am Anfang der Pandemie, ich würde jetzt sagen im April oder Mai letzten Jahres, schon davon gesprochen, dass die Würde nach dem Grundgesetz eigentlich nicht Lebensschutz ist. Also das beinhaltet das überhaupt nicht, weil Würde viel weiter gefasst werden muss. Ist ja auch irgendwo logisch, wenn wir heute davon ausgehen, es gibt ja Palliativabteilungen in Krankenhäusern, es gibt Hospize. Da geht es ja ums Sterben, ums würdige Sterben. Wenn Menschenwürde nur Lebensschutz bedeuten würde, dürfte es solche Einrichtungen gar nicht geben. Du weißt, was ich damit sagen will? Ja, ja. Ja, abgesehen davon kann man, also wenn man, wenn man, also man muss Schäuble da zustimmen, meiner Meinung nach. Ja, natürlich, tue ich auch. Er hat da definitiv recht. Und wenn es halt nicht so wäre, wie er sagt, sondern wenn Würde und das körperliche, die körperliche, nicht mal die körperliche Unversehrtheit, sondern nur das Leben an sich, wenn das identisch wäre, dann hätten wir natürlich tatsächlich die Situation, dass man Menschen gar nicht sterben lassen darf eigentlich. Richtig. Also selbst wenn sie wollen oder wenn sie einfach dran sind oder was auch immer. Also das würde ja, würde bedeuten, nein, da das zur menschlichen Würde gehört, müssen wir jetzt zusehen, dass wir jedes Leben maximal verlängern, bis wirklich überhaupt gar nichts mehr geht. Und das ist natürlich völlig absurd. Das ist ja vor allem auch würdelos, wenn man dann viele sehr alte Menschen sieht, die um jeden Preis lebensverlängernde Maßnahmen bekommen sollen. Das hat ja dann mit menschlicher Würde wenig zu tun. Nun kann natürlich ich nicht entscheiden, was die Würde des anderen ist. Das muss jeder im Einzelfall entscheiden, wenn man es noch kann. Im hohen Alter ist das ja schwierig. Aber ich finde, es ist einfach viel zu kurz gegriffen, jetzt mit der Würde zu argumentieren. Also Corona-Maßnahmen müssen jetzt in dieser drastik sein, weil es ja um die Menschenwürde geht. Würde ist ja viel mehr. Allein Bestattungsrituale, die sich Menschen ausgedacht haben in verschiedenen Kulturgräsen, die gründen ja darauf, dass man der Ansicht ist, dass selbst der verstorbene Körper, also das, was übrig bleibt, noch eine gewisse Würde hat. Wir schmeißen unsere, unsere Verstorbenen ja nicht einfach auf den Müll. Also das bleibt ja über den Tod hinaus, bleibt der Würdeanspruch bestehen. Ja, es gibt ja auch die Störung der Totenruhe beispielsweise. Gründet ja auch darauf, dass man dann sagt, es gibt ja einen Würdeanspruch auch für tote Menschen. Das heißt, das ist durchaus ein Begriff, den man für die derzeitige Konstellation, wo es um Lebensschutz geht, ja um Überlebensschutz, so wird es ja dargestellt, und nicht darum, wie man leben kann und wie man in dieser Enge der Beschränkungen überhaupt noch von einem Leben sprechen kann, das lebenswert ist. Also da ist Würde kein Begriff, der dahin gehört eigentlich. Also vielleicht, also das mit der Totenruhe zum Beispiel und überhaupt auch die Verehrung von Toten und auch der Wunsch, der ja je nach Kultur mal ausgeprägter, mal weniger ausgeprägter ist und sich mal so oder mal so äußert, war ein extrem wichtiger Hinweis, würde ich aber ganz gerne tatsächlich aus dem Gespräch jetzt rauslassen und das Ganze auf die Lebenden reduzieren wollen. Trotzdem, wie gesagt, der Hinweis auf die Würde der Toten, der ist eigentlich schon, schon, ja der ist eigentlich schon selbsterklärend dafür, dass das, was derzeit unter Würde verstanden wird, ziemlich wenig damit zu tun hat. Vielleicht versuchen wir einfach mal, oder versuch du doch mal eine Definition des Begriffs Würde. Wie würdest du das definieren? Ich habe dich jetzt kalt erwischt, das haben wir vorher nicht abgesprochen. Ja, ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Ich würde mit etwas anderem kommen, was so ähnlich in diese Richtung geht. Würde ist natürlich auch ein Kampfbegriff für sämtliche gesellschaftliche Gruppen. Ich erinnere mich an die Zeit der Hartz-IV-Reform. Da haben die Montagsdemonstranten, das waren die, die dagegen waren, die waren der Ansicht, dass hier die menschliche Würde mit Füßen getreten wird, von der SPD vor allem. Dass die Würde des Menschen jetzt plötzlich antastbar sei. Die Gegner wiederum, die, oder beziehungsweise die Befürworter der Hartz-IV-Reform, haben mit der gleichen Argumentation, sind die aufgelaufen. Natürlich gibt es eine Sozialgesetzgebung, weil man die Würde des Menschen sichern will. Weil man ja nicht will, dass die Leute quasi wie in Amerika quasi auch keine Ansprüche und so weiter haben. Der Punkt ist, dass beide auf ihre Art und Weise Recht hatten. Und das sagt schon viel darüber aus, dass man Würde jetzt nicht ganz konkret fassen kann. Und der Würdebegriff im Grundgesetz ist ja auch ein bisschen schwammig. Muss es auch sein. Weil eine sehr genaue Definition dieses Begriffes würde ja im Grunde jedem Individuum sagen, was er als Würde zu erachten hätte. Und das wiederum wäre wahrscheinlich eine Beanstandung der Würde des Einzelnen. Also insofern ist es schwierig, jetzt zu sagen, was genau ist Würde. Wahrscheinlich ist Würde für dich etwas völlig anderes als für mich. Ich habe hier gerade mal Wikipedia aufgemacht. Dachte mir, Mensch, mal gucken, was die so schreiben. Ja, gefährlich bei Wikipedia. Ja, Würde. Mal gucken. Wie gesagt, ich überrasche mich jetzt mal selbst. Ich zitiere mal. Würde bezeichnet zumeist einen moralisch oder allgemein in einer Werthierarchie hohen Rang bzw. eine Vorrangstellung von Personen, die Achtung gebietet. Traditionell wird Würde Institutionen ebenso wie Personen zugesprochen, auch Funktionen, Ämter oder ein bestimmter sozialer Status oder Stand konnten Träger gewisser Würde sein. Dem Grad der Würde entsprechen dabei verschieden abgestufte Erwartungen an das Verhalten der Träger der Würde sowie an den Respekt, der ihnen entgegenzubringen sei. Ich finde die nicht unbedingt schlecht, die Definition. Nein, sie ist ja auch richtig. Beinhaltet aber doch dann mehr. Man kann ja als Gesetzgeber, wir reden ja jetzt hier von einer grundgesetzlichen Würde, man kann ja als Gesetzgeber schlecht eine ganz genaue Definition dieses Begriffes vorgeben, weil du ja in unserem Falle 82 Millionen Menschen damit abdecken müsstest. Viele sehen aber das, was ich noch als gerade würdevoll erachten würde, als völligen Eingriff in ihre Würde an. Beispielsweise, also wie definiere ich Würde für mich? Ich habe seit anderthalb Jahren den Eindruck, dass wir eine sehr kopflose, hysterische Gesellschaft sind. Vielleicht kannst du mir folgen, vielleicht hast du ab und an auch das Gefühl. Kann ja sein. Nein, ich weiß ja nicht. Ich finde, dass dieses Kopflose, dieses Hysterische, das finde ich, ist ein sehr würdeloser Zustand für jeden Einzelnen. Deswegen, ich bin so nett. Ich setze immer gern aus. Ich muss jetzt auch nicht sofort zum Impfen rennen. Ich weiß gar nicht, wie ich es überhaupt tue, weil das für mich ein Würdeanspruch ist. Kopflos sein, hysterisch sein, wie so ein Huhn, das hat nichts mit Menschsein zu tun für mich, sondern ich möchte in mich ruhen und die Situation in aller Ruhe mehr oder weniger hinter mich bringen. Das ist für mich Würde. Also stoisch zu sein, das ist für mich zum Beispiel persönlich Würde. Jemand anders würde sagen, das ist ja sowas Blödes, da geht es ja ums Überleben und so weiter. Da muss man doch hysterisch werden und der würde wahrscheinlich das als Würde bezeichnen. Ja, also ich, das würde ich jetzt auch nicht als Würde bezeichnen, sondern tatsächlich eher als ein Akzeptieren deiner Persönlichkeitsstruktur. Ist das nicht Würde? Hat das nicht gerade heute in Zeiten, wo wir Cancel Culture haben, wo Menschen bestimmte Meinungen nicht mehr haben sollen, wo die Woken, also Wokeness und Würde, das ist auch nochmal, das ist auch nochmal ein Ding, was man besprechen könnte, ob das überhaupt zusammen geht. Wobei die Wokeness oder die Woken würden natürlich sagen, dass sie sehr würdevoll sind und dass es ihnen sehr um die Würde geht und so weiter. Aber geht es denn nicht genau darum, dass man als Individuum wahrgenommen wird, charakterlich sich ausleben kann, dass man keine Steine in den Weg bekommt, wenn man mal was anders sieht als die anderen. Das hat schon was mit Würde zu tun. Ja, okay, okay. Also ich finde da tatsächlich den Begriff der Achtung, der eben ja auch in der Wikipedia zur Sprache kam, der macht es für mich eigentlich ein bisschen greifbarer. Achte ich meine Mitmenschen? Das ist ja auch die Frage, bringe ich dir eine Achtung entgegen? Das ist richtig. Oder eben Verachtung. Für mich ist der Begriff aber auch so, Achtung, da denke ich immer an Achtung! Ja, ja, ja. Ja, weißt du, ja. Ja, aber guck dir das Gegenstück an, die Verachtung. Ja, stimmt. Wir haben es ja jeden Tag in Medien, in sozialen Medien, in der Politik, im zwischenmenschlichen Bereich, wir haben es ja in einer Tour, jeden Tag in unterschiedlichen Facetten, auf unterschiedlichen Baustellen immer mit gegenseitiger Verachtung zu tun. Das ist richtig. Also ich habe das vorhin zum Beispiel auch bei mir gemerkt, als ich, ich hatte ja so ein Tweet abgesetzt, den ich dann auch sogar wieder gelöscht habe. Eigentlich mache ich das nicht. Echt? Ja, ja, da ging es um die Forderung der Kinderimpfung, so schnell wie möglich. Und das ist für mich, für mich ist das ein Verbrechen. Das habe ich auch so kommuniziert und habe auch gesagt oder geschrieben, wer jetzt auf eine schnelle Kinderimpfung drängt oder sich dafür ausspricht, das ist für mich Kindesmissbrauch. Und das Ding ist mir ohne Ende um die Ohren geflogen. Ich habe dann aber eben auch da auf die Kommentare, die dann kamen, die natürlich unterirdisch waren, also ging gar nicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich darauf dann eben auch mit Verachtung reagiert. Also ich habe dann im Grunde genommen, habe ich glaube ich dreimal geschrieben, irgendwie Hals-Maul-Faschist oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und das ist natürlich auch alles andere als jetzt auf Würde ausgerichtet. Naja, tatsächlich, ich kann es nachvollziehen. Tatsächlich wäre es aber kein hürdevolles Verhalten. Das auch von deiner Seite aus meine ich natürlich. Nee, sage ich ja. Ja, eben, sage ich ja. Genau. Aber vielleicht muss man es auch aushalten können. Also das muss ich sagen, wenn man natürlich sowas postet in die Welt hinaus, dann wird man auch mit den Reaktionen leben müssen. Und dass es da draußen viele Menschen gibt, die nicht damit umgehen können, dass jemand eine andere Meinung hat und vielleicht sogar eine extrem andere Meinung hat und die hast du in dem Fall. Man wird es aushalten müssen, Tom, ohne dich jetzt belehren zu wollen. Nee, nee, das ist auch völlig in Ordnung. Also ich habe ihn letztlich deswegen wieder gelöscht, weil ich einen extrem vollen Tag hatte und keine Zeit und auch keinen Nerv hatte, mich dann womöglich dann auch noch mit konstruktiven Kommentaren, obwohl die habe ich eigentlich nicht gesehen, aber mich damit auseinanderzusetzen und dann habe ich mir gedacht, naja, okay, also bevor da jetzt sonst was irgendwie losgeht und das Ding rumgereicht wird und dann irgendwie ein riesiger Shitstorm auf uns zukommt, ohne dass ich das überhaupt nur mitkriege, lösche ich das Ding lieber gleich. Also ich hätte es ja mitbekommen. Wir teilen uns ja den Twitter-Account, für die, die es nicht wissen, als Neuland-Rebellen. Aber ich hätte es mitbekommen und ich wäre, glaube ich, mit dem Shitstorm sehr würdevoll umgegangen, denn letztlich ist es ja in unserer modernen Zeit, in unserer Mediokratie, wo es um Aufmerksamkeitsökonomie geht, ist es ja doch schon so, wenn man nicht mindestens einen richtig dicken Shitstorm bekommen hat, dann hat man im Grunde gar keine Würde. Die Würde geht eigentlich dann los, wenn die Leute scheiße auf dich werfen. Naja, weiß ich jetzt nicht. Zynisch gesagt. Also ja, Zynismus und Ironie, weißt du ja, ne? Ja. Macht man nicht mehr. Ja, habe ich in meine letzten Schwurbelbrisse geschrieben. Ja, ja. Fällt mir auch schwer, aber nützt nicht. Ich meine, das sind jetzt nun mal die Prämissen. Also, aber vielleicht, Kinder ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Vielleicht nähern wir uns dem Thema Würde sozusagen mal von Kindesbeinen an, denn was in dieser Krise, in der wir uns jetzt seit anderthalb Jahren befinden, mit Kindern beziehungsweise eben im Speziellen auch mit Schulkindern gemacht, ich war jetzt wieder geneigt, verbrochen wurde zu sagen. Das ist für mich also wirklich das gelebte Gegenteil von Würde. Ja, da gibt es ja nochmal in Deutschland ein anderes Wort für. Das ist ja Kindeswohlgefährdung. Ja. Das spielt ja schon in die Richtung rein. Eine Kindeswohlgefährdung oder das Kindeswohl, das ist natürlich der Würdeanspruch des Kindes. Ja, natürlich muss man differenzieren. Es gibt Entwicklungen, die vielleicht zwangsläufig so waren und die schlimm waren, aber ich habe den Eindruck, das hat sich dann immer mehr gesteigert. Dann hat man die Kinder mit Masken in die Schule geschickt oder dann gar nicht mehr über einen Monat in die Schule geschickt. Dann sollte es zweimal die Woche getestet werden. Dann jetzt steht die Impfung an. Ja, man ist schon bereit, das Kindeswohl aufzugeben. Und ich weiß auch aus dem Umfeld, dass es auch gerade im Kindergartenbereich auch Leute gibt, die da wirklich fordern, dass auch die Kindergartenkinder so ab vier, fünf schon Maske tragen sollen. Also hanebüchende Vorstellungen, die auch mit der pädagogischen, mit Pädagogik nichts zu tun haben. Ja, und auch nicht mit den Erfahrungswerten. Ein dreijähriges Kind wird nicht dauerhaft Maske tragen können und wollen, dass das überhaupt nicht machbar ist. Aber gut, was machbar ist und was nicht, das ist ja ohnehin nicht das Thema unserer Zeit. Ja, aber ich finde tatsächlich, ich habe übrigens, ich glaube, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, da habe ich das erste Mal tatsächlich den Begriff Kindeswohlgefährdung verwendet. Und das ist mir auch dermaßen um die Ohren geflogen, das Ding. Zum einen sei das ja bürgerliches, ich weiß gar nicht, SGB, ich weiß nicht, im Sozialgesetzbuch, ich glaube im Sozialgesetzbuch ist es irgendwie definiert, was Kinderwohlgefährdung sei und meine Aussage steht konträr zu dieser Definition und von Kindeswohlgefährdung können überhaupt nicht die Rede sein. Wenn ich das heute schreibe, dann fallen die Reaktionen schon sehr viel zurückhaltender aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie visionärisch oder visionär oder so irgendwie jetzt da irgendwie einen besonderen Gedanken hatte. Aber ich dachte damals schon, was hier auf unsere Kinder zukommt, ist meiner Meinung nach extrem gefährlich und gefährdet eben auch das Kinderwohl. Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir das jetzt Revue passieren lassen, du hast ja die Dinge genannt, mit denen Kinder konfrontiert werden mittlerweile, die Impfung ist jetzt ja für mich so der vorläufige Höhepunkt eigentlich diesbezüglich, dann kann von der Beachtung des Kindeswohls oder der kindlichen Würde, der Würde des Kindes faktisch keine Rede mehr sein. Also es wird komplett über die Kinder hinweg entschieden und klar, es gibt dann auch die Argumentation irgendwie, ja Gott, wenn ich mit meinem Shorty einkaufen gehe und der will unbedingt Kinderschokolade haben und es gibt aber heute keine, dann entscheide ich auch über den Willen meines Kindes hinweg. Aber das ist natürlich eine ganz andere Liga und das ist natürlich überhaupt nicht ansatzweise miteinander zu vergleichen. Nein, weil Kinderschokolade ist ja auch sehr gesund, wie man weiß, da ist ja ganz viel Milch drin. Ja, viel Milch und Vitamine und so, das ist ja sowieso. Also nein, ernsthaft, also die Würde des Kindes, meiner Meinung nach ist davon im Moment faktisch eigentlich nichts mehr übrig. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, es wird darüber diskutiert, ob Arbeitgeber testen müssen in ihren Betrieben. Jetzt mal völlig unabhängig von der Frage, ob das gut oder nicht gut ist. Einfach mal überhaupt, diese Diskussion wird geführt. Das heißt also, da gibt es zwei Fraktionen, die mehr oder weniger auf Augenhöhe darüber diskutieren, können wir das machen oder können wir das nicht machen? Die Arbeitgeber sagen nein und dann gibt es natürlich neoliberale Politiker, die sagen auch nein, man solle lieber Anreize schaffen, irgendwelche, was weiß ich nicht, keine Ahnung, Zuschüsse, Steuererleichterungen oder was auch immer und dann sagen andere wieder doch, doch und die dürfen doch keine Anreize kriegen, die müssen jetzt unbedingt Ding, Ding, Dong, so geht das hin und her. Aber es ist zumindest eine Debatte, die stattfindet. Bei der Testpflicht in Schulen hat es diese Debatte nicht gegeben. Also es hat Debatten gegeben, irgendwo im luftigen Raum, aber die eigentlichen Entscheidungsträger, wie jetzt zum Beispiel Politik versus Arbeitgeber, Politik versus, keine Ahnung, Pädagogen oder Eltern oder wie auch immer, eine Diskussion auf Augenhöhe ist da nicht geführt worden, sondern es hieß dann, ja die Kids werden zweimal die Woche getestet, Punkt, aus, Ende. Ich meine, wenn man das mal zu Ende denkt, hätte man ja auch sagen können, Mensch, wir können doch versuchen, gerade ist ja auch noch pädagogisch wertvoll, wir können doch versuchen, für die Kinder Anreize zu schaffen. Wenn sie den Test jetzt erfolgreich gemacht haben, dann, was weiß ich nicht, gibt es irgendwie spontan Sportunterricht oder was auch immer, würde ich im Prinzip auch nicht gut finden, das wäre dann ja eine Bestechung auf einer ganz fragwürdigen Art und Weise. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Nee, glaube ich gar nicht. Na, ich glaube schon. Ja, du hast recht, natürlich wird die Würde des Kindes getreten, nicht überall. Es gibt natürlich in der Gesellschaft auch ganz viel Verständnis, das erlebe ich im Alltag, dass die Leute schon sagen, mit Kindern muss man anders umgehen. Ich habe auch neulich Artikel gelesen über eine Anwältin, ich glaube aus Berlin, die sagt, dass jetzt immer mehr Eltern zu ihr kommen, um gerade gegen eine entstehende Impfpflicht bei ihren Kindern schon mal Infos einzuholen, wie sie sich da rechtlich verhalten können und so weiter. Und sie sagt, das sind nicht Leute, die jetzt aus dem Querdenker-Milieu kommen, sondern die kommen aus allen Schichten der Gesellschaft. Deswegen glaube ich persönlich, dass es keine Impfpflicht für Kinder geben wird, denn da werden viele, viele Eltern sich mit Händen und Füßen wehren. Da geht es um die Kinder und ich bin mir sicher, da sind die Leute auch bereit, gewalttätig zu gehen. Da bin ich wirklich sicher. Das ist, naja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Kind mehr in dem Alter. Mein Kind ist ja volljährig, das heißt, das entscheidet selbst. Aber ich glaube, wenn mein Kind klein gewesen wäre, ich hätte mich, und das sage ich in aller Offenheit, ich hätte mich bewaffnet, ich hätte mich dagegen gewehrt, ja, mit Händen, Füßen und mit allem, was ich noch in die Hände bekommen kann, weil das, das ist mir dann doch zu heikel, die Kindersterblichkeit bei Covid-19 ist relativ gering, teilweise kriegen die Kinder ja nicht mehr Symptome, natürlich hat es Sterbefälle gegeben, aber ich glaube, wenn man alle Kinder durchimpft, wird man viel mehr Schäden, Nebenwirkungsschäden haben, als man das durch Covid jemals in dieser Alterskohorte erwarten könnte. Ja, das ist ja alles richtig. Natürlich, also Kinder kollektiv jetzt durchzuimpfen, bin ich bei dir. Also das Risiko, dass da entweder neben- oder kurz- oder langfristige Wirkungen auftreten, die unerwünscht sind, ist extrem hoch und viel, viel höher, als das jetzt sozusagen in angemessenem Verhältnis zahlenmäßig so und so viele Kinder an Covid-19 erkranken. Also von daher, da bin ich absolut bei dir. Aber mit der Gegenwehr, das sehe ich tatsächlich so nicht, denn verfolgt doch mal die aktuellen Diskussionen. Es geht doch eigentlich, zumindest nehme ich das so wahr, nur darum, wann Kinder geimpft werden können, wann die über Zwölfjährigen und wann die unter Zwölfjährigen geimpft werden können. Ich sehe keine Diskussion darüber, ob Kinder geimpft werden sollen. Sehe ich nicht. Kriege ich vielleicht nicht mit. Vielleicht findet sie unterm Radar statt in den Familien und vielleicht hast du ja recht und vielleicht brodelt da was und wächst da ein Widerstand. So nach dem Motto, es gibt dann so und so viele Eltern, die sagen, nein, bis hierher und nicht weiter. Das mache ich jetzt nicht mit. Aber zumindest öffentlich kriege ich eine Diskussion, die einfach die Frage stellt, Impfen ja oder nein, kriege ich nicht mit. Ich kriege nur die Diskussion mit Impfen wann und wann zwölf und wann unter zwölf. Also nicht ob, sondern wann. Ich glaube auch nicht, dass die gesamte Elternschaft dieses Landes aufstehen wird. Es gibt genug Eltern, die sind da sehr bereit, ihre Kinder impfen zu lassen. Das sind auch vor allem Eltern, glaube ich, die ohnehin vorher schon so einen Optimierungszwang bei ihren Kindern hatten, die ihren Kindern einen sehr schön getakteten Tag geben, damit sie immer beschäftigt sind und die Kinder auf Spur bringen, damit sie in der Gesellschaft erfolgreich sind. Da ist Impfen nur eine Sache, um wieder auf Spur zu kommen. Aber lass es nur 30 Prozent der Eltern sein, die da nicht mitziehen wollen. Ich rede jetzt bei einer Impfpflicht. 30 Prozent, die sich wehren, also nein, ich glaube nicht, dass es die Pflicht geben wird. Das kann ich mir bei, ja gut, ich sage jetzt einfach mal, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die Erfahrung der letzten Monate ist natürlich eine andere. Alles, was man sich nicht denken kann, gibt es dann doch. Aber tendenziell würde ich sagen, wenn noch ein Rest Vernunft da ist, dann wird man da keine Pflicht einführen. Okay, lassen wir einfach mal so stehen und stellen mal die nächste Frage, die stelle ich jetzt mal so ganz allgemein. Wie ist es denn eigentlich um die Würde von Menschen bestellt, die sich nicht impfen lassen wollen oder auch nicht impfen lassen können? Ja, da denke ich viel drüber nach dieser Tage, weil ich tendenziell mich jetzt, das ist mal wieder bei meiner Würde, ich habe überhaupt keinen Elan, jetzt unbedingt einen Impfstoff haben zu müssen, also zu drängeln, ist ja Impfvordrängler, das ist ja jetzt auch ein Wort. Da bin ich überhaupt nicht veranlagt dafür. Ich bin viel zu behäbig für sowas. Also das hat auch mit meinem Würdeanspruch zu tun. Da bin ich, bin sehr gerne etwas zögerlich und zurückhaltend und muss auch nicht drängeln. Ich habe Zeit, aber ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt will und tendenziell das sogar nein. Und das ist die Frage, ja, was wird das mit mir machen? Muss ich mich als degradierter Mensch sehen in einer neuen Apartheid? Auf das läuft es ja vielleicht sogar hinaus, wer weiß. Ich kann es dir nicht beantworten. Ich glaube, ich will es dir gar nicht beantworten, weil ich Angst davor habe. Ja, also ich sehe das deutlich einfacher. Also das, was im Moment passiert, ist der Entzug der Würde der Nichtgeimpften. Das ist meine feste Überzeugung. Und diese ganze Diskussion, das ist ja auch, das ist ja auch so interessant. Es wird ja über Nichtgeimpfte, wird ja eigentlich gar nicht gesprochen. Es wird ja seit Wochen nur darüber diskutiert, was auch eine gewisse Berechtigung hat. Aber es wird im Wesentlichen darüber diskutiert, können wir denn jetzt den Geimpften noch die Grundrechte vorenthalten? Können wir eigentlich nicht machen. Eigentlich müssen die die zurückkriegen. Und dann wird halt diskutiert, ist es so oder ist es nicht so? Sind sie vielleicht doch noch ansteckend? Können sie selbst noch krank werden? Und wie ist denn jetzt mit der Viruslast? Und wie lange hält das denn überhaupt vor? Und so weiter und so fort. Und die Mutanten, du vergisst die Mutanten. Ja, die Mutanten, beziehungsweise auch die Tatsache, dass ja offensichtlich, das ist ja sowieso so, so, der nächste, das nächste große Ding für die Pharmaindustrie und auch der Politik, die damit verbändelt ist, irgendwie, ja, Söder, also nicht Kanzlerkandidat der Herzen, sondern Markus Söder, du weißt jetzt, wen ich meine. Söderle, ja, ja. Söderle, ja, der sagte das ja vor kurzem bei Anne Will oder in irgendeiner Talk-Quatsch-Show, sagte dann ja irgendwie, ja, also man muss sich ja nicht einbilden, dass das jetzt mit zwei Pieksen vorbei wäre. Also das ist ja klar. So nach dem Motto, also in einem halben Jahr muss das ja wahrscheinlich sowieso aufgefrischt werden. Darüber wird diskutiert und darüber wird gesprochen. Es wird aber keine Silbe darüber verloren, wie es denn mit den Nicht-Geimpften aussieht. Nicht die, die jetzt noch nicht dran sind, sondern die, die es einfach nicht wollen oder auch einfach nicht können. Und ich meine, da hat Merkel ja bei wem auch immer im Fernsehen, wer war es, ist ja auch egal, gesagt, na ja, also wir haben ja keine Impfpflicht und eine Impfpflicht wird es ja auch nicht geben. Aber die, die sich nicht impfen lassen wollen, die müssen dann, ja, müssen sich schon so drauf einstellen, dass sie dann halt nicht mehr alles machen können, was sie vorher machen konnten. Und ja, da stelle ich mir dann auch die Frage der Würde. Das ist richtig. Andererseits werde ich mir viel Geld sparen. Das denke ich mir gerade. Mag wohl alles seinen Vorteil haben. Aber ja, ja. Natürlich muss man vielleicht damit rechnen, dass man als Mensch in der Welt, in diesem Land, und ich glaube sogar mehr oder weniger in diesem Land, ich bin mir fast sicher, dass man im Ausland viel lockerer damit umgeht, keinen Würdeanspruch mehr haben wird, zumindest eine ganze Zeit lang. Vielleicht gewöhnt sich die Kaste der Entwürdigten dann sogar daran und das verewigt sich sogar auf irgendeine Art und Weise. Eigentlich eine schreckliche Vorstellung, aber... Kann ich mir vorstellen. Ja, denkbar ist das schon. Also man wird dann zum Paria. Man hat sehr wohl wahrscheinlich seinen Job. Den wird man mehr oder weniger nicht verlieren. Kann man nicht. Da gibt es ja keine Rechtsgrundlage dafür. Ja gut, aber essen gehen ist halt nimmer. Und ja, ausgehen, schwierig. Ja. Das heißt, diese ganzen netten, woken Leute, die man sonst immer getroffen hat, die trifft man gar nimmer. Vielleicht, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Ja. Nein, ernsthaft. Ja, nein, ernsthaft ja. Aber auch das hat mit Würde zu tun. Ich will nicht immer ernsthaft sein. Ja, um Gottes Willen, ich bin dir aber jetzt gerade ernsthaft, dann quatsch mich nicht mit irgendwelchen Gags voll hier. Gott, geht doch zum Lachen im Keller. Ja, mache ich inzwischen sowieso. Sicher ist sicher. Naja, aber was du sagtest von wegen, dass die Entwürdigten sich irgendwann daran gewöhnen, das sehe ich auch so. Das ist eine ganz akute Gefahr, die wir ja letztlich sowieso schon lange beobachten können. Also, es ist ja jetzt so, dass halt diese, ja, Erleichterungen, im Moment sind sie ja eigentlich nur in der Diskussion, sie sind ja auch gar nicht umgesetzt worden so richtig oder doch, irgendwie schon, aber ach, irgendwie kriegt es keiner so richtig mit. Also, diese neue Normalität, von der hat, glaube ich, Scholz schon im März letzten Jahres gesprochen hat, hat mich eh gewundert, wie er da schon wissen konnte, dass wir jetzt auf eine neue Normalität zu steuern. Aber gut, Verschwörungstheorie an der Stelle jetzt hier beendet. Jedenfalls diese neue Normalität, in der wir mit Masken durch die Gegend gehen, uns ständig die Hände desinfizieren und die Maske ja teilweise auch an Orten tragen, wo wir sie gar nicht tragen müssen, die spricht schon für eine gewisse Gewöhnung oder Abstumpfung und für so das hinnehmen, ja, Gott, das ist dann halt jetzt so, ne? Ja, ja, also das erlebe ich ja ständig. Ich sehe ja hier ständig Leute auf der Straße, auf verwaisten Straßen, wo wirklich keiner ist mit der Maske rumlaufen. Das ist so die neue Normalität. Das finde ich aber würdelos sich selbst gegenüber, ehrlich gesagt. Ja, das sehe ich ganz genauso und sie tragen jetzt auch neuerdings FFP2-Masken, weil das noch sicherer ist, auch auf der Straße. Ja, also ich erlebe es ja so, es gibt ja jetzt durch diese Bundesnotbremse gibt es ja die FFP2-Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich fahre eigentlich jeden Tag damit und habe, das ist ja seit zweieinhalb Wochen so, ich habe seither noch keine FFP2-Maske getragen, auch nicht in der Bahn und sehe auch ganz viele Menschen, die es nicht tun. Und wie traurig unser kleiner Widerstand geworden ist, der jetzt nur noch darauf abzielt, sich vielleicht von dieser FFP2-Maske zu drücken. Ja. Aber irgendwie tut es auch gut. Das ist ganz blöd. Also man hat sich so gewöhnt, dass es jetzt schon gut tut, dass man die OP-Maske tragen darf. Und ja, ich glaube das wirklich, also wie wird denn das, wenn es dann doch mal wieder irgendwie lockerer ist, kann man dann auch wieder einen Menschen anfassen? Wie fühlt sich das an, jemandem ins Gesicht zu schauen? Wie wird denn das sich anfühlen, wenn ich doch mal wieder ins Lokal gehe? Außengastronomie wohlgemerkt natürlich, aber wie wird sich das anfühlen? Werde ich ein Kino noch mal von innen sehen? Vielleicht nach vielen Jahren. Wie wird sich das dann anfühlen? Also unser Kollege, der Gerd, der Gerd. Eben Ungar. Eben Ungar, genau so. Danke. Der war ja jetzt in Russland. Da herrscht eine gewisse Normalität. Die Leute tragen mit überall Maske und so weiter. Und die Leute gehen offenbar ganz normal miteinander um. Er hat irgendein Bild gepostet, da war im Lokal Essen und da haben sie sogar musiziert, gesungen. Stell dir vor, gesungen. Und getanzt. Aerosol getanzt, Aerosol fallen, würde man hier schreien. Ja, um Gottes Willen. Übrigens, kleiner Spoiler, mit Uwe machen wir, Uwe, Quatsch, mit Gerd Eben Ungar, machen wir demnächst tatsächlich einen Russland-Podcast. Also hier schon mal ein bisschen Werbung machen. Genau, genau. Und er hat tatsächlich gesagt, also er hat es kommentiert bei Twitter, es fühlt sich tatsächlich sehr komisch an, nach einem Jahr der Politik, wo man ja quasi die ganzen sozialen Bezüge ausgeredet bekommen hat von der Politik, das fühlt sich komisch an. Und ich kann mir das gut vorstellen, wenn das hier mal gelockert wird, falls das doch nochmal passiert, es wird schon komisch sein. Ja, also ich kann mir tatsächlich vorstellen, ich kann mir die zwei Extreme vorstellen, dass es sich tatsächlich irgendwann einpendelt und wir wieder wie so ein bisschen aus einem bösen Traum erwachen, vielleicht nicht von jetzt auf gleich, aber so nach und nach die Augen aufmachen können und feststellen, okay, jetzt sind wir irgendwie wieder zurück in sowas wie einer alten Normalität. Oder aber, dass bestimmte Dinge sich tatsächlich auch gar nicht mehr zurückdrehen lassen. Also ich glaube zum Beispiel, dass dieses Social Distancing, dass das nachhaltig immer wieder Wirkung zeigen wird. Also ich glaube, man merkt es ja teilweise jetzt schon, wenn ich durch die Fußgängerzone gehe ich ja immer ohne Maske. Und ich will natürlich auch niemanden jetzt irgendwie provozieren, geschweige denn gefährden oder so. Und das heißt, wenn also jemand, wir haben hier relativ viel Platz, ist eine relativ kleine Stadt. Wenn aber jemand zu dicht an mir vorbeigeht und ich trage ja nun aus Überzeugung draußen eben die Maske nicht, dann gehe ich schon ein, zwei Schritte zur Seite, um dem eben nicht zu nahe zu kommen. Also aus Rücksichtnahme. Weil das ist meine Entscheidung, keine Maske zu tragen, aber deswegen muss ich den ja jetzt nicht anhusten oder niesen oder sonst was. Aber gleichzeitig kann ich mir eben vorstellen, dass dieses auf Distanz gehen, dass je länger das dauert, also auf körperliche Distanz gehen, je länger das dauert, desto mehr wird das verinnerlicht. Und die Leute werden tatsächlich nicht grundsätzlich kategorisch immer, aber immer wieder in Situationen, Nähe für alle Fälle sozusagen doch eher meiden. Und das kann ich mir vorstellen, ist tatsächlich eine, ja, wirklich eine nachhaltige Geschichte. Ja, das stimmt wohl. Aber das Social Distancing, das ist auch so ein Anglizismus. Also in dieser Republik scheint man auf Deutsch gar nichts mehr hinzubekommen. Aber ist ja lustig. Also man darf beim Aldi hier um die Ecke, da dürfen glaube ich nur 35 oder 40 Leute rein. Da haben sie jetzt so eine Ampel, da darf man dann immer rein. Das heißt, innen drin hat man viel Platz, so kann sich schön aus dem Weg gehen. Aber vor der Tür, und das ist kein Aldi, der jetzt einen Parkplatz vor der Tür hat. Das ist so ein, der ist so neben ein Rewe drin. Das heißt, das gibt nur so einen Vorraum. Da stehen sich die Leute auf den Füßen, warten da reinzukommen. Also das Social Distancing, gerade beim Einkaufen, das ist eine, das ist ein Narrativ. Das gibt es überhaupt nicht. Das ist eine Geschichte, eine erfundene. Weil die Leute stehen halt jetzt einfach vor der Tür und warten. Ja, aber es ist eben die Geschichte, an die auch die Leute glauben. Also ich habe es erlebt, wirklich. Ich war an einem Samstag, was sollte man eigentlich nicht machen, aber an einem Samstag war ich einkaufen hier im Supermarkt und die Kassen waren voll, Schlangen über Schlangen. Und da habe ich gedacht, naja gut, die paar Sachen, die ich habe, dann gehe ich jetzt an diese Scanner-Kasse. Kennst du vielleicht? Ja, ja, mach ich auch. Dann scannst du sie selbst ein und gut ist. Und vor mir war aber noch einer. Der war da gerade am Einscannen irgendwie. Und ich ging dann irgendwie so, ich war dann glaube ich so ein, zwei Schritte hinter ihm oder so. Also Meter, Meter 50, irgendwie sowas. Und dann kam tatsächlich eine Mitarbeiterin auf mich zu, also wirklich schon fast panisch und sagte, sie müssen den Abstand anhalten, da ist eine Haltelinie, da müssen sie hin. Und ich habe sie nur angeguckt und habe rübergeguckt zu den neun anderen Kassen, die geöffnet waren, wo die Leute Wagen an Wagen und teilweise Rücken an Rücken nebeneinander oder hintereinander standen. Und habe sie gefragt, das kann doch jetzt nicht ihr Ernst sein, oder? Gucken Sie doch mal darüber, was passiert denn da? Ja, aber das ist natürlich jetzt dann auch wieder die mehr oder weniger deutsche, positiv formuliert Gewissenhaftigkeit, negativ formuliert Hörigkeit. Ja, aber wir haben hier diese Trennlinie und da müssen sie jetzt sich dahinter stellen. Also hätte ich mich ganz normal in eine Schlange gestellt, hätte ich überhaupt kein Problem gehabt, aber da ging das eben nicht anders. Und ich glaube, dass, wie gesagt, ich sehe es nicht so absolut, aber ich glaube, dass es auch in Zukunft viele Situationen geben wird, wo die Leute im Zweifel lieber auf Distanz gehen, statt sich zu nahe zu kommen. Aber okay, vielleicht nochmal zum Abschluss. Du hast heute ja nicht so viel Zeit. Ich sehe gerade, das ist nämlich schon 20 nach 6, wir zeichnen auf am 12.05.2021. Vielleicht nochmal so einen Blick aus der Höhe sozusagen. Und zwar, wie sieht es aus mit der Würde, die die Politik der Bevölkerung insgesamt in den letzten anderthalb Jahren entgegengebracht hat oder zugestanden hat. Ja. Ja. Es wundert mich, dass das eine ernstzunehmende Frage ist. Ich meine, die ganz ehrlich ist das. Ja, 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 ja. Ich glaube, eigentlich hat man in dieser Krise, man hat die Würde benutzt, um eine solche Politik durchzusetzen und hat an ganz vielen Ecken verpasst, Würde eigentlich herzustellen. Man hat viele Kollateralschäden zugelassen. Wir haben von den Kindern geredet. Die Kinder werden übrigens auch mal Erwachsene werden. Und ich bin mir sicher, dass das Erwachsene werden, die Probleme haben, psychische Probleme daraus bekommen werden, die vielleicht auch im Umgang mit anderen irgendwie, ja, linkisch werden. Also, das wird noch interessant. Bindungsängste, Kontaktängste. Bindungsängste, die werden dann später mal auch auf uns losgelassen, wenn wir dann zur Pflege vertreten werden. Wird nicht schön. Ich glaube, dass der Gemeinsinn ohnehin gelitten hat. Es sind Leute, ob da... Jetzt kommt das Essen. Jetzt kommt dein Essen, ne? Du hast bestellt, ne? Hast du das Klingeln gehört? Ich habe das Klingeln gehört. Und alle anderen haben das Klingeln gehört. Ja, jetzt noch keine Panik. Den Blocken kann man wieder sehen. Auch das hat ja mit Würde zu tun, dass wenn es an der Tür klingelt und es kommt das Essen, dass man nicht alles hinschmeißt, sondern man macht es bis zum Ende durch. Und die Frau rangehen. Ja, selbstverständlich. Eine Frau zu haben, die einem das erledigt, auch dass es Würde ist. Schneide ich nicht raus. Nein, das warst du bitte drin. Ich stehe zu der Meinung. Obwohl es Quatsch ist. Aber man hat Arbeitslose produziert, man hat Existenzen zerstört, man hat Ausbildungsverhältnisse zerstört und so weiter und so fort. Also das, was man auf der einen Seite an Würde sichern wollte, hat man auf der anderen Seite mit freigiebigen Händen hinausgeworfen. Und man kann so sagen, man hat eigentlich ein Nullsummensspiel an Würde initiiert und im Großen und Ganzen glaube ich, dass der Würdebegriff ganz schön ausgehöhlt wurde. Und dass man eigentlich sieht, dass Grundrechte, die nur in Sommerzeiten, und das meine ich jetzt nicht einmal unbedingt, sondern ich meine, also eine Sonnenschein-Grundrechte, wenn man so möchte, die sind eigentlich das Papier nicht wert, worauf sie stehen. Ja, also für mich ist es eigentlich noch extremer, weil über die Würde insgesamt ja sogar relativ wenig argumentiert wurde von politischer Seite aus. Für mich ist es wirklich so, dass ja mit der Corona-Politik im Prinzip die Gesellschaft mehr oder weniger vollständig von einigen wenigen Bevorzugten oder Bessergestellten abgesehen, eigentlich kollektiv entwürdigt wurde. Also wir könnten jetzt, das machen wir nicht mehr, sonst wäre das Essen doch kalt, aber wir könnten jetzt natürlich alle Bevölkerungsgruppen durchgehen, denen die Würde genommen wurde, ob es jetzt Kinder sind, ob es Arbeitslose sind, ob es auch Arbeiterangestellte sind, die in Kurzarbeit gehen oder ob es Selbstständige sind, die pleite gegangen sind, ob es Leute sind, die psychische Probleme haben, die vielleicht sogar in die Insolvenz gehen. Oder auch die Suizidrate hängt ja auch mit dieser ganzen Fragestellung zusammen. Also in der Summe würde ich tatsächlich sagen, durch die Krisenpolitik ist eine nahezu komplette Gesellschaft entwürdigt worden. Und die Tatsache, dass ein Söder sich überhaupt hinstellt und sagt, wir müssen die Friseure öffnen wegen der Würde des Menschen, spricht ja schon eine deutliche Sprache. Denn wenn das ein Zeichen der Akzeptanz der menschlichen Würde ist, dass die Leute zum Friseur gehen, man sich aber keine Gedanken darüber macht, was man noch alles angerichtet hat, wogegen der Friseurbesuch eine Witz, eine Lachpille ist, dann… Naja, das sagt einer mit der Frisur. Tja, also ich meine, sieht man mal wieder, Würde ist für jeden was anderes und für einen Machtmenschen wie Söder, der seine Würde immer irgendwie haben wird, mag das dann schon ein großer Gnadenakt sein, dass wir würdevoll zum Friseur gehen dürfen und damit sollen wir zufrieden sein. Ja, das ist wahrscheinlich, es war auch schon fast ein gutes Schlusswort. Du sollst auch gleich essen gehen, das hast du dir jetzt ja auch verdient. Tatsächlich spricht das natürlich auch für etwas, das wir schon vor dieser Pandemie, Epidemie, vor dieser Krise gehabt haben. Die maximale Distanz von Politik zur Bevölkerung, die ist meiner Meinung nach in dieser Krise, wie so vieles andere auch, man spricht ja dann häufig vom Brennglas, diese Distanz von Politik zur Bevölkerung ist nochmal sowas von deutlich geworden, dass es eigentlich schon wehtut. Das stimmt, das war tatsächlich vorher schon zu spüren, weil diese, weil dieses Pack, oh, das darf man gar nicht sagen, wahrscheinlich, aber weil diese Leute ja überhaupt keine Lebenserfahrungen haben, wie vielleicht noch vorherige Politikergenerationen, die wirklich noch in, ja, in Zeiten groß wurden, wo auch Geschichte gemacht wurde. Und ich meine, jetzt kann es ja selbst Kohl, muss man ja selbst nachsagen, dass er als Politiker eine ganz andere Größe war als Merkel oder als Spahn. Ist ja auch klar, er hat natürlich einen Krieg miterlebt und Genscher erinnere ich mich immer, Kritik kann man ja üben, konnte man immer üben an ihn, aber 72 in München ist er ja damals in die Wohnung rein zu den Terroristen. Das könnte ich mir jetzt beim Lindner beim besten Willen nicht vorstellen, dass der das täte. Nee, das wäre auch, dann ist auch schon wieder die Frage, die Würde der Terroristen, wenn... Wollte ich gerade sagen, das kann man auch den Terroristen nicht zumuten, das sind auch Menschen. Aber diese Herrschaften damals waren anders sozialisiert bei aller Kritik, die man an ihn üben konnte, selbst ein Strauß. Die Figuren, die wir heute haben, das sind Kasperle. Also die kann ich da nicht ernst nehmen und die sind so weit entfernt von den normalen Bürgern, da, ja, das wird auch nichts mehr, die nähern sich auch nicht mehr an. Nein, da ist keine Bodenständigkeit, es sind auch keine Biografien, die irgendwie Höhen und Tiefen hatten, sondern es sind im Prinzip Karrierekonstruktionen, denen tatsächlich dann nur noch die kleinen Marionettenbänder fehlen. Früher hatte man Biografien, heute hat man Vita. Ja, genau, ja. In diesem Sinne, dir noch einen würdevollen Abend, darüber hinaus einen guten Appetit. Und ja, beim nächsten Podcast nehmen wir uns dann vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Zeit, aber ich glaube, so kurz ist er auch gar nicht geworden. So kurz ist er gar nicht sagen, würde ich gar nicht sagen. Würde ich im Prinzip auch nicht sagen. In diesem Sinne, wir sind gespannt auf die Kommentare, auf die Kommentatoren und Kommentatorinnen und Kommentatorresses, was ihr denn zum Thema Würde und zu unserem Podcast so zu sagen habt. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bis bald, Roberto und tschüss. Tom, hättest du jetzt sagen sollen, na gut, tschüss. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020